Hallo Sammler, die russischen fünf Kubiken geprägt im Zeitraum von 1763 bis 1796 waren und sind bis heute die größten Kursmünzen der Welt. Die während der Herrschaft der Zarin Katharina II., die ab 1762 bis 1796 regierte, geprägt wurden. Die durchschnittlichen Maße dieser großen Münzen liegen im Durchmesser meist deutlich über 40 mm, in der Regel aber von 42 bis 45 mm und beim Gewicht ab etwa 40 bis 46 Gramm. Aber auch 50 Gramm und darüber sind keine Seltenheit. Die Kaufkraft der fünf Kubiken Besonders interessant für Sammler alter Münzen, aber auch Laien ist es ja auch, was man damals hatte, darum kaufen können. Bei meiner Suche fand ich ein altes Buch aus dem Jahre 1809, das auf die Regierungszeit von Katharina II. ausführlich eingeht. Darunter auch auf die Kaufkraft der russischen Währung im Zahnreich. Ein Pfund Fische kostete selten über 10 bis 20 Kubiken. Das russische Pfund entsprach angelehnt an die englische Maßeinheit 409,5 Gramm. Ein Pfund frische Butter kostete 20 bis 22 Kubiken. Ein Pfund alte Butter dagegen nur 10 bis 12 Kubiken. Eine Maß Milch kostete 2 bis 3 Kubiken. Eine Maß entsprach 1,5 Liter. Ein Pfund gutes Rindfleisch kostete 4 bis 5 Kubiken. Ein Pfund Schweinefleisch 6 bis 8 Kubiken. Ein Pfund Kalbfleisch 3 bis 4 Kubiken. Ein Pfund Seife 10 bis 12 Kubiken. Eine Gans war für 25 bis 30 Kubiken zu haben. Eine gemästete Gans kostete 50 bis 60 Kubiken. Ein Hase 10 bis 15 Kubiken. Und eine Henne 10 bis 12 Kubiken. Ein Mandel Eier kostete 8 bis 10 Kubiken. Ein Mandel war die russische Maßeinheit für 15 Eier. Eine Maß Bier, je nach der Beschaffenheit, 1 bis 2 Kubiken. Dieses eher schlecht erhaltene Exemplar aus dem Jahre 1779 zeigt auf dem Avers das gegrünte Monogramm von Katharina der Großen. Eingefasst mit einem Lorbeer und einem Balmenzweig. Links und rechts neben dem Monogramm der Zarin das Prägejahr. Auf dem Reverse ein gekrönter doppelköpfiger Adler mit Zepter und Reichsapfel in Empfängen. Auf der Brust ein Wappenschild mit dem Heiligen Georg. Eingefasst mit der Ordenskette des Andreasorden. Links und rechts neben dem Adlerschwanz ein E und ein M. Für die Münstädte Jekaterinburg. Der erhabene Schriftzug auf dem Spruchband hatte sich im Umlauf total abgerieben. Aufgrund der Größe der Münzen, dem Gewicht, der langen Laufzeit und dem weichen Metall kein Wunder. Die Randprägung kann man stellenweise noch schwach erkennen. Diese Münze hat einen Durchmesser von 44,3 mm x 43,9 mm und eine Materialstärke von 3,5 bis 3,6 mm. Das Gewicht beträgt 43,3 Gramm. Die fünf Kubiken des Jahrganges 1779 wurden nur in der Münstädte von Jekaterinburg in einer Stückzahl von 39,732,000 Münzen geprägt. Die Münze zeigt auf dem Avers das gegrünte Monogramm von Katharina II., was auf dieser Münze größer ausgefallen war, als bei der Münze zuvor aus dem Jahre 1779. Die verschlungene Chiffre der Zarin ist auf der Münze aus dem Jahr 1779 nur 24,8 mm hoch, während die Signatur auf der 1790er Münze 27 mm hoch ist. Trotz der beeindruckenden Größe hat der Münzstempel für die beiden Seiten gerade noch Platz auf dem Schrötling. Da der Stempel zentral gesetzt wurde, sind der Lorbeer und der Palmenzweig voll abgebildet. Auf dem Reverse die Buchstaben eh und eben für die Münzstädte Jekaterinburg neben dem Adlerschwanz, darunter das Schriftband mit Legende. Die Randprägungen der Münzen zeigen bei vorzüglicher Haltung ein Gittermuster. Diese Münze hat einen Durchmesser von 41,8 x 41,2 mm und eine Materialstärke von 50 bis 54 mm. Das Gewicht liegt bei 53,1 Gramm. Der Jahrgang 1790 wurde in Jägerhalkaterinburg in einer Stückzahl von 39.995.000 geprägt. Ein Nösel Brandbein kostete 6 bis 8 Kubikken. Ein Nösel war meist ein Flüssigkeitsmaß, selten ein Gewichtsmaß. Eine Kanne mit 0,94 Liter waren zwei Nösel. Ein Nösel war an der Herr 0,47 Liter. Ein Pfund weißes Brot, 3 Kubikken. Und ein Pfund schwarzes grobes Brot kostete 2 Kubikken. Ein Pfund russischer Tabak, 10 Kubikken. Ein Pfund bester Zucker, 50 Kubikken bis zu 1 Rubel. Ein Pfund Zucker geringer Qualität, 35 bis 40 Kubikken. Seltener bis 80 Kubikken. Ein Pfund des besten Kaffees, 48 bis 50 Kubikken. Kaffee von einfacher Qualität, 30 bis 35 Kubikken. Diese Kupfermünze zeigt eine matte schwarz-grüne geschlossene Patina und sieht ein wenig nach einer Bodenfundmünze aus. Wenn das so ist, dürfte das Exemplar optimal und geschützt gelegen sein, vielleicht unter einem Holzboden oder in einen Stall. Die Gitterrandprägung ist ebenfalls perfekt erhalten. Das Exemplar zeigt standesgemäß auf dem Avers das gegrünte Monogramm von Katharina II. mit dem Prägejahr 1791. Auf dem Reverse A und M für die Münstätte Aninskoy. Diese Münze hat einen Durchmesser von 42,5 x 52,2 Millimeter und eine Materialstärke von 4,5 bis 4,7 Millimeter. Das Gewicht beträgt 51,8 Gramm. Diese Münze zeigt auf dem Avers das gegrünte Monogramm von Katharina II. gefasst mit einem Lorbeer und einem Balmenzweig. Links und rechts neben dem Monogramm der Zarin, das Prägejahr dieser Münze 1791. Auf dem Reverse der gegrünte doppelköpfige Adler mit Zepter und Reichsapfel mit dem Münzzeichen E und M für die Münstätte Je Katerinburg. Mein Exemplar hat einen Durchmesser von 42,9 x 42 Millimeter und eine Materialstärke von 4,4 bis 4,8 Millimeter. Das Gewicht beträgt 49 Gramm. Diese sehr schön erhaltene Bronzemünze wurde in der Münstätte Aninskoy im Jahre 1795 insgesamt 9.958.000 Mal geprägt. Die Münze hat einen Durchmesser von 42,7 x 43,2 Millimeter und eine Materialstärke von 4,8 bis 4,9 Millimeter. Das Gewicht beträgt 54,4 Gramm. In ihrem letzten Regierungsjahr 1796 beschloss Katharina II. eine umfassende Münzreform. Die Kupfermünzen zu 5 Kubiken wurden um 50% abgewertet, indem sie mit einem neuen Stempel mit der Nomenale 10 Kubiken und der Jahreszahl 1796 überprägt wurden. Nach dem Tode Katharinas am 6. November 1796 stoppt ihr Nachfolger Zahra Paul I. diese Aktion unverzüglich und ließ die schon überprägten Münzen im Jahr 1797 wieder mit alten 5 Kubiken Prägestempeln überprägen. Die wenigen 5 Kubiken Stücke, die im Jahr 1796 für einige Monate zu einem 10 Kubiken Stück geworden waren, gehören geldgeschichtlich zu einer Rarität der russischen Münzgeschichte. Leider sind diese Münzen in der Regel nur durch mögliche Überprägungsspuren, falls überhaupt erkennbar, bestimmbar. Hier eine Übersicht der Prägezahlen der 5 Kubiken Stücke von 1763 bis 1796. Das war die Übersicht der Prägezahlen der 5 Kubiken Stücke.